Hi Leute, das ist Samu hier und willkommen zur Woche 6 der aktuellen Fahndung. Und zwar müssen wir den Speer 6 aktivieren, 3 Aktivitäten wie jede Woche. Aktivität 1, was auch immer sie tun, werden sie keine Laborrate. Medizinische Experimente sind das Schlimmste. So, bei Speer 6 steht Enderliebtes, ihre Datensätze zu vergrößern. Sie würden gerne noch ein bisschen länger in Constitution Hall bleiben. So, Laborrate, medizinische Experimente. Wo gibt es ein Labor auf der Map? Ja, keine Constitution Hall, aber im DCD Hauptquartier gibt es ein Labor. Deswegen werden wir die Mission kurz tacklen und dann sehen wir uns am Ende wieder. So, machen wir noch die letzten Gegner hier platt. Wisst ihr, was ich krass finde hier? Die neue Vergeltung. Wir haben sie so krass genervt, dass wenn ich hier auf mittlere Distanz mit Heartbreaker schieße, dass ich schneller die Stacks aufbaue und überhaupt keinen Damage mehr kriege. Schaut an. Normalerweise mit dem alten hätte ich mich schon längst weggeballert. Aber, ja, fertig ist die Speer Aktivität 1, DCD Hauptquartier. Werfen wir mal einen Blick drauf. Einsatz DCD Hauptquartier mit beliebigem Schwierigkeitsgrad abschließen. Aktivität 2. Wir haben Freunde in Not. Seien Sie so gut und helfen Sie ihnen. Fortschritt in Not von 100. Was kann das sein? Natürlich irgendeinen Kontrollpunkt und dann ein bisschen was spenden. Dafür gehen wir, ne, wie gesagt, pass auf, dass ihr in der Constitution Hall seid. Ich habe hier, die habe ich schon. Dann machen wir den Efeu-Tunnel und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier kann ich es euch nochmal genau verdeutlichen. Schaut mal. Mittler Reichweite. Ich müsste eigentlich umfallen schon links. Aber, ja, auch beim Boss, der mehr abhört, überhaupt kein Problem. Ich baue meine Stacks vom Heartbreaker trotzdem auf. Ein bisschen, ein bisschen overnerved, finde ich. So, Efeu-Tunnel eingenommen. Guck mal, ob ich das nicht aufhört zu brennen, dass ich hier spenden kann. Dann machen wir mal 100 Sachen. So, damit ist Speer-Aktivität 2 auch erledigt. Und zwar schauen wir uns das Ganze an. Ressourcen an einen verbündeten Kontrollpunkt in Constitution Hall spenden. Einfache Sache. Aktivität 3 und die letzte dann diese Woche. Ich bin fast fertig. Ich muss nur noch ein paar Dinge auf der Liste abhaken. Vergessen Sie nicht, ein aktiver Agent ist ein guter Agent. Fortschritt 0 von 3. Und das, wie gesagt, hier auch in Constitution Hall. Einfach hier drei verschiedene Aktivitäten machen. Und dann sollten wir durch sein mit dem Ganzen. Also sehen wir uns gleich wieder. So, die letzte Gruppe des Ressourcen-Konvois. Und noch eine Bälle. So, schauen wir uns mal kurz nach. So, Speer-Aktivität abgeschlossen. Das war Speer 6. Aktivität 3. Aktivitäten in Constitution Hall abschließen. 3 von 3. Mal sehen, ob er Brotgruben hinterlassen hat, wie Hänsel und Gretel. So, und das war es von mir, Leute, für diese Woche, was die Fahndung angeht. Ich sage, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und lasst mir gerne ein Abo-Like da. Schaut gerne auf Twitch und bei unserem Discord vorbei. Und ich sage, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bye. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020